Zoom bietet ja inzwischen ganz viele unterschiedliche Ansichten an, das heißt nicht nur die normalen Kacheln, wenn du in einem Meeting bist und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen möchtest. Und besonders gefragt ist das Pinnen von einem oder mehreren Videos. Und genau das möchte ich dir anhand von ein paar Screenshots zeigen. Erster Punkt, wo findest du den Menüpunkt Pinnen jeweils beim Video eines der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hier kannst du auf die drei Pünktchen klicken und mit Pinnen auswählen, damit derjenige oder diejenige präsent angezeigt wird. Das schaut dann so aus. Derjenige, der gepinnt ist, ist hier groß angezeigt und die anderen darüber klein. Dazu sagen muss man allerdings, das siehst nur du so. Du musst auch kein Host von einem Meeting sein, sondern kannst ganz normal Teilnehmer sein. Ich finde das ganz klasse, wenn du zum Beispiel in einem Meeting den jeweiligen Sprecher etwas größer sehen möchtest, dann eben ist dieses Pinnen angenehm. Ja, nicht nur einen, sondern mehrere Videos kannst du sogar anpinnen, also mehrere Sprecher und das siehst du hier wieder im Menü Pin Video ersetzen. Das bedeutet, der eine geht raus, der andere kommt rein in diese Großansicht. Aber du kannst auch zusätzliche Videos pinnen, Pin Video hinzufügen, wieder über diese drei Punkte. Dann hast du also auch unter Umständen zwei Sprecher groß geschalten, die anderen klein wiederum oben. Und das kannst du natürlich auch mit mehreren Leuten machen. Da taucht dann eine Meldung auf von Zoom, mehrere Personen pinnen oder fokussieren. Da kannst du auch mal drauf klicken. Ja, aber die große Frage, wie kommst du jetzt wieder zur Normal Ansicht beziehungsweise zu deiner Galerie Ansicht, wenn du das möchtest? Dazu gibt es zwar den Menü Eintrag Pin Videos entfernen. Das bedeutet aber noch nicht, dass du eben die Galerie Ansicht wieder hast. Zusätzlich gibt es auch noch hier oben einen Menü Punkt Pin Videos entfernen. Das hilft allerdings auch nicht. Wenn du wieder in die Galerie Ansicht möchtest, dann musst du hier rechts oben über das Ansichtsmenü gehen, da auf die Galerie Ansicht klicken und dann ist alles wieder so wie normal. Also Video pinnen durchaus sinnvoll, wenn viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Meeting sind und du möchtest die oder den Sprecher etwas größer haben, damit du auch von dem anderen Gewuseln nicht abgelenkt wirst. Noch einmal zur Sicherheit. Du kannst nicht dafür sorgen, wenn du jetzt zum Beispiel Moderatorin bist, dass alle anderen das genauso sehen. Jeder Teilnehmer für sich kann dieses Video pinnen für seine eigene Ansicht verwenden. Das kannst du ihnen nicht aufs Auge drücken sozusagen. Ja, damit wünsche ich dir weiter viel Spaß in deinen Zoom-Meetings. Bis dann. Tschau.